Jey wir haben 1750 Abonnenten geschafft mal wieder ein kleiner Meilenstein und mal schauen vielleicht schaffen wir auch in diesem Jahr noch die 2000 Abonnenten okay Spaß beiseite ich danke euch allen auf jeden Fall fürs Abonnieren fürs Zuschauen vor allem fürs Zuschauen fürs Liken meiner Videos fürs Kommentieren etc fürs Dabeisein und fürs Teilnehmen an Livestreams etc pp also ich danke euch wirklich für den ganzen Support den ihr mir liefert das positive Feedback etc aber natürlich auch über das negative Feedback freue ich mich auch immer nur so kann man sich selbst verbessern am Ende gut ich mache mal kurz zwei Ankündigungen mehr oder weniger heute ist der 24.6 morgen der 25.6 das dürfte dann dementsprechend ein Donnerstag sein weil heute ist Mittwoch da werden denke ich mal wieder die ersten also die nächsten offiziellen RPG Maker MZ News kommen und da werde ich dann vielleicht auch wieder ein kurzes Video zu machen je nachdem ob sich's lohnt ähm da wir durch die Leaks ja jetzt eigentlich so ziemlich alles wissen für alle die die Leaks nicht gesehen haben vielleicht weil sie sich selbst nicht großartig spoilern wollen oder also spoilern in Anführungszeichen ähm oder den Spaß nicht nehmen wollen den Hype keine Ahnung ich weiß es nicht ähm für die werde ich dann auf jeden Fall ein News Video machen kurzes aber ich glaube nicht dass ich das Information dass der Informationsgehalt so groß sein wird wir werden sehen vielleicht bin ich auch ähm ja werde ich auch überrascht vielleicht kommt auch ein Release Datum und ein Preis man weiß es ja nicht das wäre mal angebracht langsam egal kommen wir zum nächsten Thema wie gesagt morgen ist da geht's dann wieder weiter mit dem RPG Maker MZ und dann ab Freitag Abend wahrscheinlich denke mal so um 21 Uhr rum werde ich dann anfangen fange ich an live zu streamen und das mache ich dann auch wieder am Samstag da denke ich mal schon Nachmittag und Abend also zweimal und am Sonntag da denke ich mal auch Nachmittag und Abend aber was habe ich eigentlich vor ich möchte quasi das ganze Wochenende streamen wie ihr merkt und ich habe mit euch zusammen beziehungsweise mehr oder weniger zusammen also ihr könnt das ganze verfolgen und ihr könnt auch Vorschläge bringen also mir helfen und ihr könnt auch natürlich ähm vielleicht auch ein bisschen mitarbeiten wenn ihr das möchtet wir haben zusammen ein kleines Projekt vor wir wollen Kritzelfisch modden ich habe die Projektdatei von Cosmo bekommen nachdem er im Video gehört hat dass ich meinte dass ich es modden würde und vielleicht noch ein paar Dinge verbessern würde und er hat mir die Projektdatei geschickt tatsächlich das ist absolut verrückt und also ich bin wirklich begeistert und wir können ja mal dann reinschauen ich denke morgen fangen wir an gucken uns das ganze an er hat es nochmal selber ein bisschen gepatcht er hat nochmal ein bisschen was verändert und wir werden da auf jeden Fall morgen wie gesagt nochmal alles angucken genau der Hintergrund hat sich geändert das seht ihr ja schon das Hintergrundbild aber es haben sich noch ein paar andere Sachen verändert und wir werden uns das morgen dann ganz in Ruhe mal angucken dann mal kurz alles durchplanen was wir vorhaben und ich denke mal dann am Samstag und Sonntag durchstarten im schlimmsten Fall wenn ich Sonntag nicht fertig werde mit dem Mod würde ich Montag vielleicht auch nochmal streamen ähm aber da müssen wir mal gucken ich denke mal wir kriegen das am Sonntag hin also ich werde wirklich sehr viel Zeit da in das Projekt stecken obwohl es nicht mein Projekt ist mehr oder weniger aber der Mod ist ja auf jeden Fall mein Projekt ähm und ich bin sehr gespannt was wir da raus zaubern können aus dem Spiel ich finde die Spielidee an sich gut es fehlt halt noch ein bisschen Feinschliff aber wir kriegen das hin das ist mein Projekt was ich auf jeden Fall vorhabe jetzt am Wochenende und nein ich habe die Apfelquest nicht vergessen falls das jetzt gefragt wird ich denke mal wir machen jetzt auf jeden Fall ähm am Wochenende hier am 27. und 28. und am Freitagabend schon also 27. und 28. machen wir ähm denke ich mal das Kritzefischprojekt dann die darauffolgende Woche mache ich mal ein bisschen ähm ruhigen und danach am 10. 11. und 12. April ach ach was rede ich denn da ähm ähm Juli ähm Mensch wie komme ich denn auf April ich habe keine Ahnung ähm Juli natürlich am 10. 11. und 12. Juli würde ich dann wahrscheinlich wenn nichts dazwischen kommt würde ich dann wahrscheinlich die Apfelquest endlich richtig durchstarten aber es kann auch sein dass was dazwischen kommt aber wir legen das erstmal so fest für alle die Interesse haben am 10. 11. und 12. die drei Tage würde ich dann wahrscheinlich mal gucken vielleicht nicht alle drei Tage vielleicht auch nur am 11. und 12. aber ich würde dann auf jeden Fall anfangen mit dem Projekt und ich würde nochmal alles zusammenkramen was ich ähm jetzt habe an Informationen etc. pp. gut aber dazu ein andermal mehr wie gesagt kann sich auch nochmal verschieben aber ich ich habe das jetzt erstmal so festgelegt als Termin es kam jetzt Smash und Kritzefisch dazwischen ansonsten würden wir jetzt hätten also hätten wir schon quasi letztes Mal angefangen wo ich Smash gespielt habe aber ähm das Smash Turnier war mir dann doch persönlich relativ wichtig und da werden wir auch auf jeden Fall nochmal eins machen also wir werden auf jeden Fall nochmal irgendwann ein Smash Turnier machen das war wirklich wirklich cool und ich versuche vielleicht noch ein Highlight Video des ersten Smash Turniers zusammen zu priemeln aber ich kam noch nicht dazu ähm aber ihr könnt ja mal reingucken ins Turnier war auf jeden Fall lustig und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß noch ähm eine schöne Woche und das war's soweit erstmal von mir ihr hört mich dann morgen über den RPG Maker MZ und über die neuen Informationen reden ähm wenn denn neue Informationen kommen und am Wochenende geht es dann los mit Kritzefisch also vergesst es nicht ähm seid live dabei und supportet mich durch eure Anwesenheit und durch eure Vorschläge und wenn ihr wollt könnt ihr auch ein bisschen was mitmachen paar Grafiken erstellen oder wie gesagt paar Spielideen das reicht ja schon vollkommen und wir haben auf jeden Fall einiges zu tun und deswegen habe ich da jetzt auch mindestens Samstag und Sonntag eingeplant und dann müssen wir auch weiter gucken gut Tschüssi das war's soweit von mir wir sehen uns dann oder hören uns dann ähm spätestens am Freitag hoffe ich dass ihr dann alle da seid Tschüssi Tschüssi